Ne, das hört sich nach einem... Okay, ich dachte, das wäre ein... Ich dachte, das wäre ein anderes Level. Ich muss den kaputt machen, tatsächlich. Was los, Shane? Das ist voll lecker. Ich hoffe, das kriege ich hier schnell hin, weil ich habe keine Lust, jedes Mal... Scheiße, am Anfang da zu warten. Eins, drei. Das ist aber auch lang, ne? Triple Cut. Wunderbar. Wundert mich gerade auch. Ich bin auch leicht enttäuscht von mir. Ah, schon wieder der. Hup. Wap, 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 wap. Ach, Mann. Ich dachte, Pizza Verwehr so ist mit Sahne Ersatz. Ich bin auch nicht ganz. Ich habe bisher noch niemanden gefunden, der diese Abartigkeit machen würde. Ich meine, das hört sich so bläh an, aber ich weiß ja nicht. Von daher probieren würde ich die schon mal. Ich glaube, Dennis dachte damals auch so bläh und fand sie dann doch ganz geil. Ah, eine Sekunde liegen gelassen. Auf der Straße, da wird sie festgefahren. Okay. So weit sind wir bisher noch nicht gekommen. Okay. Okay. So weit ist es. So weit ist es. So weit ist es. So weit ist es. Du wirst. Das Wohner sagt, ich wusste jaNET doch auch mal größer. WLAN um die Maske zu verarbeiten. Ich glaube, es war ja echtaponál keine Maske. Das Beste sind Leute, die RIP in Peace schreiben. Möge die Sekunde in Ruden Frieden. Hallo Martin! Okay, weiter gehts. Ich weiß gar nicht. Hör mal, macht der... ...macht der, ähm... ...der Labaka? Macht der Nudelgerichte? Ja, ne? Stell dir mal vor, vornehm ne Pizza perverse. Das wäre doch über-mega geil. Das ist immer so knapp da an der Stelle. Nein! Da wollte ich zu viel, da wollte ich zu viel! Hey Martin, hast du ne Schneeflocke im Namen, weil du so ein cooler Typ bist? Wenn er ein cooler Typ wäre mit KUH, dann hätte er einen Kuhkopf da. RIP ist in RESTING PISK, genau. Too impressive. Seid mit der Kuhkopf! Ah, diesmal hat's nicht gerecht. KUHLEX! KUHLEX ist voll süß, ja. Die von meiner Arbeit bestellen immer bei Labarka. Es gibt aber zwei Labarkas. Es gibt einen Labarka, der ist in Neudorf. Und dann gibt es einen anderen Labarka, der ist hier bei uns. Ich habe von dem Labarka in Neudorf bisher noch nichts gegessen. Ich habe von dem Labarka in Neudorf, der ist in Neudorf, der ist in Neudorf. Ich habe von dem Labarka in Neudorf. Oh nein, das wird nix, das wird nix. Scheiße. Wie habe ich das denn bitte gemacht? Ich meine, das ist, du willst einfach nur das Relikt holen, das Game meint so, hier, Mitleidsmaske für den Anfang, weil du so oft stirbst. Ja, stimmt. Stücke. Ah, achso, rest in pieces, ja. Schön. Schön, nochmal vorher zerstückeln. Schön. 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 Sehr gut. Abergpop. 唉, auch. Sze Cohen. Ja, you raucherratbit. Oh, das war super! Super! Und wir haben noch eine Maske! Jetzt nicht mehr! Ich weiß nicht mehr, was die Zeit war. Ich fand mich eigentlich ganz gut. Nee! Die Peshwot klingt rohrig! Das war so weit daneben! 1,3! Echt? Ich hab 1,10 gehabt oder so, ne? Alter! Das war ganz schön schlecht! Boah! Rohrig, ja! Also es klingt auf jeden Fall... Warum liegt hier überhaupt ein T-Shirt auf meinem Stuhl? Es klingt rohriger als das hier. Das Rohrige geht hier in der Version halt voll verloren, irgendwie. Eine Sekunde liegen gelassen! Sieben Sekunden muss ich gut machen! Wie soll das denn gehen? Es gibt auf jeden Fall einige Stellen, an denen ich angehalten hab. Das war schon mal gut! Das war schon mal gut! Das ist auch gut! Und es gibt nichts! Das gibt nichts! Oh, Mann! Wann rollen da eigentlich Atomfässer im Abfluss? Naja, dann ist der Abfluss wenigstens frei, wenn die Atomfässer alles wegstrahlen. Der Abfluss sieht ja sowieso nicht wirklich dreckig aus. Ich glaube, jeder meint das metallisch hallende, was hier fehlt. Ja, es ist zwar da, aber sehr minimiert. Ach, scheiße. Da ist der Popper jetzt auch mit Atomkraft. Er schwert ja noch, wenn die sowas bringen. Irgendwo muss das Zeug ja hin, ne? Ich vergesse den immer. Ja, und jetzt raten wir, warum es nicht so dreckig ausschaut. Schon wieder eine Sekunde. Einfach so liegen gelassen. Der Wahnsinn. Ja, das ist echt so, das Original ist so viel besser. Das hat halt mehr Rums, wie alle Lieder eigentlich. Ja, ich will da noch hin. Das ist nicht gut, das Warten hier. Aber das sind keine sieben Sekunden, die ich hier gewartet habe. Also, jetzt ist es schon so ein bisschen, ne? Na, geht ja runter. Scheiße. Du hältst die Sprint-Taste eh permanent gedrückt, auch beim Klettern, oder? Ja, natürlich. Statt Abflussreiniger einfach mal so einen schönen Brennstab ins Klo. Die Gitarre ist auch viel sanfter. Ist denn die Gitarre drin? Das Level hier will ich aber jedenfalls schon ausschalten. Ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht jetzt hier gerade. Das war auch besser als vorhin. Ich bin schon bei der einen Stelle, aber was weiß ich. Keine Ahnung von Musik. Ich bin schon bei der einen Stelle, aber was weiß ich. Oh, da ist ja ein super Timing hier, was ist das denn? Der ist jetzt nicht so prallig hier, dass ich hinter dem Vieh her muss, aber besser als... Oh, was ist das? Das ist, ey, das ist ja wie Scheiße. Nein! Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Ich hätte gerne ne Maske. Hier ist einer. Das ist nicht schlimm, Julia, das ist überhaupt nicht schlimm. Eins, drei, eins, drei, eins, drei, eins, drei, eins, zwei. Bitte, 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 bitte! Ja! So, jetzt muss ich erst mal den Chat lesen. Ich spiele ja gerne Triangel. GG! Sehr schön! 82 wäre es gewesen, okay. Aber geschafft ist geschafft, egal wie. Okay, wir haben jetzt zwei Stunden fünf schon. Ähm... Ein Level machen wir noch. Ein Level machen wir noch. Wir sind ziemlich weit gekommen. Wir haben zwei Warpums geschafft und zwei Level. Das ist schon... Schön. Also jetzt erst mal ein Level. Wann kommt Crash? Weil es hier immer zufällig die Platinzeit... Wir könnten gleich mal nachgucken, was die Platinzeit ist. Wenn es jetzt gerade niemand weiß. Ach, zwei Sekunden. Das ist der Sieg. Zwei Sekunden liegen gelassen. Nee, nee, nee. Nee! Woher kommst du denn hin? Jetzt ist das nur noch so. Ich binzus mal nächsten Mal. Das stimmt aus. Schön. Ich bin zufällig. Schön. Bitte. Wenn du, wenn du mit demnachst, Schön. Das war's für heute. Oh Mann, ich war die Gute hier. Scheiße, drei Sekunden, ey. Das war knapp. Kommt man da raus? Mit X übrigens. Piss dich. Habe ich gedacht, jetzt kommt schon das Ende, weil da die komische Dings war. Hier ist es Ende. Oh, Puppa, 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 mein Herz. Oh, Platin, geil. Ja, ich habe gerade 30 Minuten gebraten und meine Zeit um drei Sekunden zu senken. Ja, das ist immer noch kein Platin. 34, 37. 56 Sekunden. War bei hanging out. Aber du hast 34, 37. 1,17. WTF? Wie geht das denn? Bestimmt über den... Ach, das war am vorherigen. Ach so. Hier 1,17 bei digging it. Die Dev-Zeit. Assure or later. Ei, 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 ei. Ja, ich würde sagen, wir speichern hier. Und dann machen wir uns an unser... Ach, hier gibt es ja gar kein Speicher-Dings mehr. Das hier müssen wir sein, ne? Totally fly. Ich hab geladen, ne? Ich hab geladen, ne? Scheiße. Egal. Ich spiele einfach bis hierhin nochmal offscreen. Oh Gott, ist das dumm. Ne, Moment. 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 Okay. Jetzt speichern wir nochmal. Oh Gott, ist das... ist das Panel. Gut, dass es hier einen automatischen Scheiße gibt hier. Speichern. So. Okay. Okay. Ist doch nicht so schlimm. Gut, dass es den Autosave gibt. Ähm... Oh no! Es ist zum Glück nichts passiert. Ähm, gut. Dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen wird und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss! Tschüss!